Konnichiwa meine Freunde, schön dass ihr wieder da seid und hier habe ich noch jemanden engstig dabei und zwar die gute Wings Sie hat sich so erschrocken vor dem Intro, deswegen musste ich sie jetzt rausnehmen beim letzten Mal und du hast eine Playstation Kette, weil wir haben auf ihrem Kanal auch eine Unboxing Ich habe noch ein paar Reste hier und ich habe ganz vergessen was da drin ist, deswegen keine Ahnung Wie beim letzten Mal, da hat sie auch schon richtig Glück gehabt Wir machen Ani wie am Boxing-Mikrofon Ich habe noch ein paar Pakete da, ich habe richtig Bock das jetzt auszupacken bzw. entgegen zu nehmen, denn du darfst es auspacken Groß, klein, mittel, lang Fangen wir mit den großen an, komm Echt, wieder so typisch, da ist nichts drin, das ist mehr Schachtel als Inhalt Ich kann mir das irgendwie anschauen Ich bin Profi Ich bin es gewohnt, dass ich alleine bin in meinen Videos Da kann ich in alle Richtungen fuchten und da wird nichts abgestopfen Ein Glück habe ich mich doch auf diese Seite gestellt, weil sie vorher gefragt hat, welche Seite soll ich sie stellen Ja ich mache das ja gezielt in die Richtung Oh, was mach ich so? Ah, wir haben es geschafft Hey Aber warte, ich glaube ich habe einen Fehler Ich glaube ich muss da oben aufmachen Ich glaube das ist schon wieder Ah, warte, das kenne ich auch Glaube ich Aber das ist blau, warum ist das blau Das ist dieses Wir fangen es schnell aus 3, 2, 1 Und zwar dann online Die Schwerte von Kirito Ist das nicht cool? Haben die Namen? Ich habe keine Ahnung Und sie sind aus Schaumstoff, das heißt wir können uns damit schlagen Aua, Alter das tut vielleicht auch weh Echt? Ah, Alter das ist fette Aua, nein jetzt hör auf jetzt, ich bin schon nicht mehr wild Aua Also wenn die nicht cool sind, weiß ich auch nicht Das wird das noch weh Das wird das noch weh Aber sowas auch weh, warte so Aua 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 Uuh, das meiner, den nehme ich mit Aua Und vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben Ich habe schon gesehen was drin, das war ja Ja, ich auch Ich hatte nämlich vor kurzem die Ehre endlich Death Note anschauen zu dürfen Ferne Riyok Aber Was hat Riyok da? Flügel, achso logisch Der Riyok und die Flügel wäre ja komisch Hast du den Rest ne? Dann, einmal aufbauen AA Entschuldigung HAHAHAHA Gar nicht schadenfro Den muss man noch ein bisschen bearbeiten, aber an sich Ist das schon geil, oder? Der Riyok Ja, der Riyok ist recht Und wir haben noch ein drittes Paket. Es geht schon, zu langsam habe ich es raus. Ich habe Gefühle entwickelt. Gefühle im Messer. Ah, den habe ich für einen Bekannten bestellt. Aber das sieht wirklich eins zu eins aus wie meiner. Wisst ihr, was auch, wie cool das dieser Scheiß-Sympode dabei ist? Das ist ja so geil. Ey, das ist echt cool. Dieser Sympode aus China, das ist es, Leute. Wir packen mal aus. Ja doch, es ist schon ein anderer als ich habe, als ich das letzte Mal ausgepackt habe. Der hat innen, nehme ich nicht, diese Sachen nochmal. Und der hat gar kein Fach für Kleingeld, so wie es ausschaut. Das hat doch leider auch nicht, oder? Doch, meiner hat hier so eine extra Seite. Und da kannst du so Geld reintun. Sieht okay aus, war auch echt okay vom Preis. Kann man echt lassen. Da. Wenn du mal cool sein willst, wenn du an der Kinokasse bezahlst für die neue Anime Night. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe ein Zelda-Geld vorhin, der ist viel geiler. Das ist so casual. Das ist überhaupt nicht casual. Ja, auf jeden Fall war das ganz cool. Mir gefällt das Schwert mit am besten. Also die Schwerte, die kommen auf jeden Fall mal hier mit dem Studio rein irgendwo. Ich finde Rio viel geil. Rio ist auch richtig geil, der sieht richtig nice aus. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. Und schau doch auf ihren Kanal, weil da haben wir das da geunboxt und eine Digital Box war das, die January. Get Digital Januar. Get Digital Januar. Get Digital. Wie geiler. Uwaaaaaaah. Ich habe keine Sachen drin, nicht so Schwerte und so. Was sei denn? Ja, Schwerte sind auch voll uncool. Jetzt sagst du nicht tschüss. Ach so. Und vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben. Und ich will dann Sayonara. Tschau. Ist der cool oder was? Nein, dann vermutet. Also irgendwie... Ich glaub das war der Heißkleber oder so. Was? 21 Sekunden fällt was anderes runter. Alter vom Alter. Das ist dann wieder so ein Ding, wo dann auf der Verpackung draufsteht, wenn es nicht passt, schmelzt es einfach kurz über den Ofen. Echt? Ja. Und der Plastikstange zum Beispiel steht das immer. If it don't pass, dann on the cooking-Platte. Das ist toll englisch immer. Kannst du mich mal vergessen. Irgendwie schon. Oh, das hält gut. Macht der ein bisschen echt auch immer. Weil der andere und seine Flügel verliert. Ja. Ja, die Leute. Ja, die Leute. Ja, die Leute. Ja, die Leute. Wohl. Alter! Ja.